Mit der neuen Linde E-Stapler-Generation bieten wir jedem Kunden das einsatzabhängig passendste Modell an. Jede Kundenanforderung ist einzigartig. Wenn vorhandene Poolbatterien verwendet werden sollen, kommen die hohen Modelle zum Einsatz. Ist die maximale Batteriekapazität für eine lange Standzeit erwünscht, dann sind die hohen, langen Modelle die erste Wahl. Wenn die Arbeitsgangbreiten begrenzt sind und die Wendigkeit eines Staplers Vorrang hat, dann kommen die kompakten Modelle zum Einsatz. Linde ist der einzige Hersteller, der alle Staplermodelle in flacher Ausführung anbietet. Der Vorteil, mit nur 2080 mm Höhe passiert der Stapler flache Hallentore oder fährt problemlos in einen Standardcontainer. Und das ohne jegliche Anpassungsarbeiten. Linde hat auch die marktübliche hohe Version im Programm. Und selbst hier ist der neue E20 E50 dem Wettbewerb überlegen. Der 600 mm Lastschwerpunkt ist serienmäßig. Aber die 600 mm Lastschwerpunkt sind nur ein Vorteil der neuen E-Stapler-Generation. Am Markt hat sich die sogenannte Poolbatterie durchgesetzt. Beim Neukauf wollen viele Kunden diese Batterie weiterverwenden. Selbstverständlich bietet der neue E20 E50 diese Möglichkeit. Das ist aber noch nicht alles. Linde bietet als Innovationsführer unterschiedlichste Varianten, um die Kundenanforderungen optimal erfüllen zu können.